So Jetzt sind die alle ausgerüstet Eich steine nicht aber naja Hä ich hab ne Stein Axt Oh fängst du jetzt schon mit Minecraft an oder was? Hä die Zwerge haben doch immer Äxte Oh okay ne Stein Axt Die haben Eisenexte Junge Hab ich gerade ne Stein Axt Außerhin hat die jeder von Anfang an Kann ich da auch lang? Scheiße wir hatten jetzt nen Bogen Ich glaub ich hab den so war Ja ich hab den Bogen So Boah Schade ich dachte man kann ne lang Okay jetzt sind alle equipped Jetzt kommen wir aber bestimmt nochmal Nein Waren noch Münzen drin Hallo Ja 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 Das ist kein Tja, und wer den Trailer gesehen hat, der weiß, dass Thorin keinen Bock hat, denen was abzugeben. War da Geld drin? In der Wanne? Da waren Helme drin. Ich bleibe bei dem Jungen. Erstmal der Skill von Pofon. Kili ist krank. Nein, von Zwergen habe ich genug verschwindet. Ich brauche Kronen. Habt ihr kein Königskraut? Nein, das ist Unkraut. Damit füttern wir die Schweine. Oh, Markeli. Das werte Schwein kommt da doch mal durch. Jawoll, ein Schweine leveln. Natürlich kommt hier gleich erstmal etwas, wo wir einen Typen brauchen, den wir nicht haben. Okay. Wasch. Versuchen wir einen Minikit zu kriegen, in dem wir diese fünf Dinger zu zerstören. Ich weiß nicht, ob ich das Ding habe gesehen. Das sind diese hier. Kommt drauf an, ob wir alle reichen können. Das ist ja immer die Frage. Ist so leid, ich bin auch kurz groß. Ähm. Das kann man nicht zerstören. Okay. Der Münzenunterschied ist gerade wieder relativ gleich. Ich habe mehr. Ich habe mehr. Vor allem du brauchst du was sagen, um die kaputt zu machen. Ich mache das erstmal mit meinem Legaschlag. Wieso kann ich die hässliche Speicherstatue nicht aktivieren? Ist doch scheißegal. Ja. Aber man weiß nie, man weiß nie wegen Bugs. Ja. Das haben wir in dieser Aufnahmesession gelernt. Ah, der Level geht eigentlich relativ lange, nur halt nicht so lange wie der mit einem fetten Sack. Im Normalfall eigentlich schon, aber ich hoffe mal nicht, dass wir wieder so einen Bug kriegen. Weil hier wieder ein Bosskampf ist. Echt ist hier wieder ein Bosskampf? Ah ja, ich... Okay. Du hast ja nicht für mich scheißig. Spoiler mal lieber nicht. Ja, ich speuere hier ja nicht mit wer der Boss ist. Kann man scharf töten? Ich habe eine Ziege mit dem Horst. Du kannst höchst die Schafe formen. Dann habe ich wieder mit deinem Minecraft-Deadspace-Dist. In Minecraft kann man aber nicht mit Pferden, äh, Schafen reiten. So, ziehe. Das ist ein Schaf. Jiffi, jay, du Schweinebacke. Da ist der letzte Kasten. Haben wir jetzt ein Minikit bekommen? Ja. Krebs, Krabbe, 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 Krabbe. Wieso kann ich die Krabbe nicht zerstellen? Du hast Krebs. Oh, Junge. Weiß, ich muss mich immer feiern, äh, wenn man... Alter Junge, die Ziege, die nervt! Ich muss mich immer feiern, wenn jemand, äh, wenn man im Restaurant sagen will, ich will, ich will Krebs. He-he. Hih... Hä-heh... ...hä, häh... Hä? Ich bin an der Ziege aufgestiegen. Bin ich an der Ziege aufgestiegen? Ja, wir haben irgendwie die Charaktere vertauscht. Spanner. Der hat Lippenstift. Der hat Lappes. Genau. Moin! Ey! Mit Stress, Junge! Oh! Von kein Mädchen favoriert. Bah! Voll in die Fresse! Ich bin doch ein Schädel! Mit wem dürfen wir jetzt mal kämpfen? Ich bin gespannt. Legolas würde ich mal sagen. Und Legolas wird die ganze Zeit rein und mit Knoppen und sich da darf noch. Ach! Ach! Gorn! Arrrr! Hallo! Ich hab keinen Schlack! Oh! Der guckt voll in den Arsch. Was habt ihr vor? Ich bewahre ihn vor dem Tod. Halte ihn fest. Ey, Mogü. Magie, du Huren. Was denn? Magie. Magie. Das ist so ein Kochen. Ich hätte jetzt auch gern Magie. Komm. Hallo. Oh, die geilen Springer. Jodospringer. Oh, der Level geht ja noch rein. Hallo. Das ist der Bosskampf. Ja, der Boss ist ja nicht wirklich. Ja, wieso? Pussy. Oh ja, genau. Die steht plötzlich erst mal hinter mir. Genau. Sehr realistisch. Du Junge. Warm. Voll in die Fresse gehauen. Ich bin nicht so der Typ, der mit Frauen zu kämpfen. Nein. Oh, das hat sich mega falsch angehört. Die haben Tim Wiese bei der WWF. Genau, der WWF. Der Wrestling Verein. Wie heißt der WWE? Genau. Ich bin nicht für Wrestling. Ich weiß nur, dass der beiden Spieler legendlich gemacht hat. Der Tim Wiese. Ich bin da im Vertrag angeboten. Also, wer das Kind hier geworden ist. Können wir hier rein? Ey, der sieht überhaupt gar nicht mehr natürlich aus. Wer mal, wer mal sich der, wer mal. Kommt man hier rein? Wer mal richtig cool war. Warte mal. Okay, komm. Schau, schau. Warte mal, Junge. Geh du vor. Wer, wer sich mal das angeguckt hat, spielt der Legenden. Da spielen immer die ganzen alten Fußballstars aus Deutschland und aus der Welt und so. Das war ein Tag nach dem Ailton Abschiedsspiel. Und da hat halt auch Tim Wiese mit ihm gespielt. Und da ist ja Bodybuilder oder irgendwas. Er geht ständig ins Fitnessstudio. Und da sah sowas von unnatürlich aus. Ey, das war so ekelhaft. Da konnte ich auch nicht mehr richtig wie ein Torhüter bewegen. Ganz ehrlich. Nein! Wieso bist du jetzt gestorben? Welchen Fall schlaß ich mich? Haben wir schon einen Meisterdieb? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Oh, voll, wie geil war. Ich hab die Eile abgepickt. Ich empfehle den Wichser. Was? Ich habe bestanden, ich empfehle den Wichser. Das ist auch ein geiler Fünf. Guck mal, hier sind Eischuern. Ah, der kommt ja zu uns. Wusste ich auch nicht. Hier sind Eischuern. Au, oh, jetzt hängt der schon wieder wieder Azock an, Alter. Das kotzt mich so. Ist der, glaube ich, auch Azocks Bruder, wenn ich mich nicht richtig bin? Alter, oh, wie bin ich heute wieder übelst gut drin in dem Spiel? Au. Au. Oh, mies. Wurenkind. Ich weiß nicht, auch wie bin ich heute richtig drin in dem Spiel. Oh, solltest du mal keine Bugs haben. Hey, viele Bugs. Bei dir gucken nie solche Bugs, ja? Da hinten ist was zum Abschießen. Du bist Legolas. Du bist Legolas. Junge, wir haben doch nicht den Typ mit der Steinschleuder. Aber das hast du auch einen Bogen, falls du noch nicht checkt, dass du ein bisschen Elbe bist. Da kann man das nicht auch mit dem Bogen abschießen? Nein, da muss der Stein nicht rein. Joho, 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 Piraten, das sind wir. Du sauf'n und fick'n den ganzen Tag, oh, hä? Hallo, ihr Klatsch-Eier. Klatsch-Eier-Krawala. Das hat mir Lachs-Hack-Sätzen zu schicken. Was, Klatsch-Eier-Krawala? Ja. Ja, wir warten, wir hatten es ja nicht. Du fängst ging. Vor allem gestern, wo es dir so scheiße ging, ja? Ich schreibe Lachs-Fax erst mal so, ganz arrogant. Mein Bruder ist dran, schweibig, ich weiß. Sagt er, lustig. Ich hab, der war erst mal so, hallo. Der hat die ganze Zeit rumgeschrien und ich hatte mega die Kopfschmerzen. Ach, deswegen hast du Kopfschmerzen? Nein, mein erster OP heute am Tag. Mein erster, richtiger OP-Pay. Hast du, hat er dir ein Leben abgezogen, oder was? Nee, ich hab's gerade, ich hab's hinverkackt. Nein, doch. Ich hab, was ich falsch hast. Und dann hab ich so einen guten Reflex, dass ich das jetzt schnell umein und... Siehst du, jetzt hab ich's übergeschafft. Mann, da hab ich mich jetzt sicher nicht in den Post-Pay-Arm-Kasten-Cross-Try-Ole-Föder. Oh. Oh. Oh, die haben die Arme-Traurien-Fresse gekriegt. Oh, oh, Alter. Oh, der krieg ich mir an den Kopf-Schnauze. Hepp, 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 hepp. Da, den ist es besser auszutun. Ja, der kann so schreckt, guck mal, das Dachlaufen wird nicht so klein. Folgt das Zaun noch dazu, ja? Hey, wirklich BB? Da steht noch BB drauf. Wenn ich ihn zuerst töte. He. Ein schwarzer Pfeil. Warum hast du mir das nie gesagt? Weil du es nicht wissen musstest. Im Film sind doch gar nicht schwarz, oder? Ach, ihr seid es wahr. Natürlich. Das ist ein schwarzer Pfeil. Niemand darf ihn finden. Ich werde schon mit ihm fertig. Geh jetzt! Boah, ein random Sprung, Alter. Voll auf die Fressung. Hallo, ihr Klatscher. Komm doch vorne. a lektos. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das ist ja. Vielen Dank.